Das wir natürlich wissen, ob alle Gäste an Bord sind und wir die Gänge abbauen können. Heute haben wir einen Workshop von Amaruba. Stimmköln fahren können. Super schön, da sind wir jetzt bestimmt schön an Bord, aber haben sie offiziell noch nicht eingecheckt an der Rezeption auf Deck 2. Dann wird die Gäste dies zu tun. Was wir da alle schön haben. Gibt dann bestimmt Schützsäckchen. Schon alles. Komm. Die haben wir aufgeschrieben, oder? Nein, die haben wir aufgeschrieben gehabt. Wie ist denn die? 2 zu 9.